Es war eigentlich so, über das Studium habe ich mich in das Stück verliebt. Das war mein Wunschstück im Studium. Ich durfte es auch lernen, habe es erlaubt bekommen und hat eine riesen Freude gemacht, natürlich mich da reinzuarbeiten und ich blieb dabei und bei diesem Stück für meine Probespiele, die dann im Verlauf eben, ja, 20 Stück an der Zahl wurde es mein zweites Wahlstück nach dem Mozart-Adour-Konzert und ja, das hat sehr, sehr viel Erfolg gebracht eigentlich, weil man prima loslegen kann. Das Stück geht gut los, es ist nicht so ein Angstanfang. Ja, man kann sofort in die Geige reingehen und gleich auf ganz tiefe Musikalität, sage ich mal, diese erste Einleitung. Dann das Thema, es gibt mehrere Möglichkeiten, sage ich mal, man könnte das auf der Gehseite spielen, man kann das in der ersten Lage spielen, Milstein, Stern spielen, also in der ersten Lage sehr interessant, sehr nobel und ganz fein. Man kann das im Stile von Grumio ganz klassisch auch spielen oder eben wie in Österreich ganz auf die russische Art tiefer, tiefer gehend und schwerer auch, wie er es genommen hat. Also ich würde jetzt mal ganz davon weggehen, was Leopold Auer, der nannte das Stück ja unspielbar, in vielen Passagen und wenn man jetzt betrachtet, wie viele Probespieler mit diesem Stück kommen und sehr erfolgreich damit sind und gut, es sind höllmäßig schwere Stellen drin, es ist zum Beispiel hier unten, diese Passage ist sehr unangenehm in ganzen Griffen und schwer zu arbeiten mit Bogenfinger zusammen und ja, Kadenz sowieso und letzter Satz auch, es sind schon ein paar haarige Passagen auch drin, insgesamt, also es ist durchgängig ein schweres Stück, muss man sagen. Ich würde an der Stelle ein sehr kurzes Zitat von meinem lieben Freund Ruggiero Ricci bringen, der immer gesagt hat, take your time und das ist eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel bei dieser zweiten Seite Stelle immer wieder auf Zeit gehen, Dynamik ist fürchterlich wichtig, dass man runter geht, hier diese Pianostelle beachtet und aufbaut, immer wieder aufbauen, immer wieder zurückgehen, aufbauen und das zieht sich eigentlich durch das ganze Stück und die lyrischen Teile sehr klar, weich, sehr fein interpretieren und dann darf es auch mal wirklich zur Sache gehen, wo, ja, er schreibt ja auch hier zum Beispiel bei Buchstabe Dora, erster Satz, ein dreifaches Fortissimo, also das ist schon ordentlich, diese Spannbreite, die er zeichnet und das ist, finde ich, wichtig, dass man da auch mal zurückgeht. Auf jeden Fall, weil sie zu allererst mal die gesamten Entwicklungsstufen der Quellen auch unter einem Dach bringt und das, das finde ich sehr, sehr interessant zu sehen als Musiker, wo man das dann herholt, teilweise Doppelsysteme sind notiert, wo man den Bogen von dem oberen System nimmt und den aus der Erstausgabe, den aus dem Klavierauszug, sehr interessant und man, man kann das ganz individuell mischen, das ist, das finde ich sehr gut und, und das schafft dem, dem Spieler eigentlich eine große Flexibilität. Ich habe da die tollsten Sachen erlebt, wo ich aufhören musste und wo abgebrochen wurde, nicht wegen mir, sondern wegen des Pianisten und das ist also wirklich ein echter Gewinn, denke ich mal, für alle Probespieler der Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank.